Also jetzt geht es um die Technik, das ist ja so, man ist manchmal auch hilflos, Pottetechnik oder Bürstetechnik, auch weil es viel Elend zu erfahren ist über Medien und alles mit diesem Zwischendien-Technik. Man wird berührt, doch man kann es ja abschalten. So finde ich Linderung in der Musik und Trauer der Musik einfach mehr zu, also nicht alles, sondern ich traue ja mehr zu. Und das ist eigentlich, traue ich eher sogar zu, was zu vermitteln wie Liebe. Und Liebe ist ein Sprengstoff, würde ich sagen. Also hätte ich gerne, dass Sie die Liebe als Problemlösung für alles wäre. Das versuche ich hier auszudrücken. So. Ich bin sehr geltend mit tausend, fünf Wörtern in Loup gepresst, wie man sie jetzt noch verraten. Die Sessionen sind so wichtig und klug. Es gibt mir nur eine Rechtigkeit und ein Tuch. Technik Doch froh bin ich, dass ich Ohren habe Und Tönerfolge sind so eine schöne Gabe Und der Sinn erschließt sich in ihrem Klang Mit Verständnissen ich mir nicht bang Wann werde ich bei Bomben ansetzen, die 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 Gesetze Und den Frieden von allen verletzen Und die Lechtigkeit wird zubeig Und das Gefangenen wird wieder frei Dafür zwingt in mir die Musik Und der ist ganz weit fliegt Und die Lechtigkeit... Weit, weit weg, ganz weit weg. 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 Weit, weit weg 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 weg.